Servus meine lieben Freunde, ich begrüße euch heute wieder zu einer neuen Folge Rap Talk. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie sich Samra wohl ohne Autotune anhört? Ich mich natürlich auch. Hier habt ihr einen kleinen Video-Ausschnitt. Samra hat ein bisschen hinter den Kulissen was gezeigt und das ist wirklich krass. Der Rapper hat wirklich Talent, Freunde. Zieht es euch rein und wir hören uns auf jeden Fall nach dem Video nochmal. Bis gleich. Feuer, Gold und Blei, Freunde sind der Feind. Wie verwundbar ich doch war, hunderttausendmal ruf den Luzepa. Hab ne scharfe Neuner mit dabei, Feuer, Gold und Blei, Freunde sind der Feind. Park im Halteverbot, rauch die Malbuche rot und der Alkohol droht mich schon bald mit dem Tod. Ra, ich bin Star, Backham, Ra, setze 5K auf West Ham. Gib ihn Kickdowner, Baby, ja, den Wippen. Wie ihr seht, meine lieben Freunde, auch ohne Autotune ist der Rapper Samra wirklich ein riesiges Talent, meine lieben Freunde. Nein, ich bin kein großer Fan von Samra, sondern ich höre mir gerne seine Musik einfach nur an. Das war's mit diesem Video, meine lieben Freunde. Ich danke euch, dass ihr euch das bis hierhin angeschaut habt. Und vergisst nicht, mir ein Like und ein Abo da zu lassen, damit ich weiterhin hier existieren kann auf YouTube. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch Spaß. Peace and out.